InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von InSpectrum, genauer gesagt zum Teil 2 der Folge Getrennte Wege. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und grey-ace, ich komme aus Österreich, bin 28 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, hier ist Charles, ich benutze die Pronomen deren-denen, ich bin unter anderem ero-ace, aplatonisch und genderqueer, ich bin weiß, 28 Jahre alt, komme aus Deutschland und lebe in Süddeutschland. Hallo, hier Noah, ich bin ace, demiromantisch, aplatonisch, verwende keine Pronomen, komme aus Sachsen-Anhalt, bin 36 Jahre alt, ebenfalls weiß und ich glaube, das reicht von mir. Genau und ich erspare uns jetzt eine lange Einleitung. Beim letzten Mal haben wir über Gefühle rund um Trennungen und besonders über Trennungen in partnerinnenschaftlichen Beziehungen gesprochen. Jetzt machen wir gleich weiter und sprechen über Trennungen in Freundinnenschaften. So, das waren jetzt die Erfahrungsberichte zu partnerinnenschaftlichen Beziehungen. Trennung von Freundinnenschaften, Fynn Onoar, was fällt euch dazu ein? Ich hatte auf jeden Fall schon mal welche und sie waren schwierig. Also für mich waren sie schwieriger als alle anderen Trennungen, die ich bislang hatte, tatsächlich. Also ich hatte auch schon welche. Jetzt ist die Frage, Fynn, möchtest du erst mal ein bisschen genauer von deinen erzählen? Ich hätte dich jetzt zuerst erzählen lassen, weil ich gerade noch so ein bisschen am Sortieren bin. Sorry. Nee, alles in Ordnung, dann fange ich an. Mir ist nämlich, ich habe vorhin hier nur von einer erzählt, mir ist noch eine zweite eingefallen. Also ich fange mal mit der ersten an. Die erste, das ist so eine schleichende Trennung gewesen, lag eigentlich daran, also ich war mit der Person befreundet und die Person war mit einer anderen befreundeten Person in einer Beziehung. Und die haben sich dann getrennt und am Anfang hieß es, okay, das ist kein Problem, wir können ja trotzdem miteinander gefreundet bleiben. Dann halt vielleicht nicht mehr in der ursprünglichen Konstellation, aber man kann sich ja trotzdem treffen. Aber irgendwie wurde, irgendwann wurde ich dann halt von der Person mehr oder weniger geghostet. Das war halt nicht schön. Und naja, hat eine Weile gedauert, bis mir dann wirklich klar war, okay, die geht mir aus dem Weg, die Person will mit mir auch nichts mehr zu tun haben. Das fand ich schade, aber ja. Und dann ist mir noch eine andere Person eingefallen, gerade eine Trennung. Ich war mit einer Person befreundet. Wir haben beide zusammen nochmal die Schulbank gedrückt. Das liegt daran, ich habe quasi am Abendkolleg mein Abi nachgeholt. Und im ersten Jahr habe ich mich eigentlich super mit der Person verstanden. Und irgendwann ist mir die, das war ganz komisch, ziemlich zum Schuljahresende ist mir die Person mehr oder weniger in den Rücken gefallen. Auf einmal saß sie auf einem anderen Platz und hat gar nicht mehr mit mir gesprochen. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und nur über Dritte habe ich dann erfahren, dass sie mit mir nicht mehr befreundet sein will. Und dass sie eklige Gerüchte über mich verbreitet hat. Das war nicht schön, weil das halt Auswirkungen hat und einige Leute ihr das geglaubt haben. Zum Glück wurde die Klasse dann neu sortiert im nächsten Schuljahr. Aber das war keine so coole Erfahrung. Ja, also einmal dieser Trennungsschmerz, weil ich mit der Person echt gern befreundet war. Und dann, dass sie mir so in den Rücken gefallen ist. Das klingt super mies. Das war's. Das ist krass, unangenehm. Ja, ich hatte einmal, also das, was am wenigsten lang zurückliegt, ist tatsächlich, dass ich eine Person hatte, mit der ich sehr, sehr gut befreundet war, über Jahre lang. Und das lief, ja, ich sag mal, fast leider sehr parallel. Also wir hatten ursprünglich geplant, dass wir auch in Zukunft befreundet bleiben. Und wir haben wirklich, wir hatten sehr, sehr viel Kontakt. Wir hatten sehr viel Zeit miteinander verbracht, auch an sehr vielen Wochenenden. Und haben auch wirklich sehr viel geschrieben und telefoniert. Und dann hat sie geheiratet. Und parallel war mein inneres Coming-out. Und damit kam, also kam sie nicht klar, ist schwer zu, ist eigentlich auch falsch. Aber, ähm, fand halt, dass es nicht gut ist, ähm, queer zu sein. Also vor allem nicht binär zu sein. Mit Aromantik hatte sie jetzt nicht so das Problem, weil zu dem Zeitpunkt die Annahme war, dass ich dann auch keinen Sex haben werde. Ähm, also Vierfeindlichkeit war da ein Thema, wobei immer, also es ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie böse war oder mich feindselig angegriffen hätte. Aber das war halt trotzdem auch ein Faktor. Ich hätte auch eigentlich nicht, ursprünglich nicht die Beziehung beenden wollen auf die Art. Ähm, jedenfalls hat sie dann auch geheiratet. Und wir hatten am Anfang eigentlich noch relativ regelmäßig Kontakt. Und dann nach, ja, etwas wahrscheinlich ungefähr eineinhalb Jahren, ähm, gab's nochmal ein paar Situationen, die ich nicht so cool fand, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass sie Dinge, also wo plötzlich, ähm, irgendein random Kontakt wichtiger dafür war, wann sie in die Stadt kommen. Und wo wir gesagt haben, dass wir uns treffen, wenn sie kommt, als wann ich Zeit habe. Und natürlich hatte ich dann spontan keine Zeit, weil ich in Stuttgart war vor zwei Jahren im September zu Aktivista. Und dann hatten wir uns doch nochmal getroffen und haben, und ich weiß nicht, das Gespräch war, es war jetzt nicht, dass wir uns nicht unterhalten hätten können, weil ich mich sehr, weil ich halt auch Fragen stelle und mich nach wie vor sehr für sie, ihr Leben interessiert. Aber ich hab dann irgendwann gefragt, ob sie sich eigentlich dafür interessiert, was ich jetzt mache, weil da halt irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass da halt irgendwie nichts kommt oder sehr wenig Interesse. Und dann hat sie gesagt, nein, eigentlich nicht. Und daraufhin habe ich dann den Kontakt massiv eingeschränkt oder fast daraufhin. Also es gab dann nochmal ein Treffen, das aber schon vier oder drei Jahre im Voraus geplant war. Ich glaube, ich glaube vier Jahre. Fragt mich nicht. Ich kann euch nachher erzählen, was das war. Aber ja. Aber danach habe ich dann halt den Kontakt massiv eingeschränkt. Und wir hatten, haben jetzt eigentlich nur noch, also ich schreibe jedes halbe Jahr mal. Und letztens bin ich mal random in Tränen ausgebrochen. Und der ganze Tag war im Eimer, weil ich danach gefragt wurde. Ja. Ja. Ich finde deswegen, was du so beschrieben hast, den Titel der Folge Getrennte Wege auch irgendwie so passend, weil manchmal findet eine Trennung statt, was ja der Vorgang oder auch das Resultat sein kann. Aber dass diese getrennten Wege irgendwie schon vorher einschlagen oder jeweils eingeschlagen werden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie ich meine, die Trennung von meinen Freundinnenschaften irgendwie oft rückblickend so wahrnehmen oder sie. Dass wir befreundet waren und auch enge Bindungen hatten. Aber dann einfach im Laufe der Zeit, ob emotional oder irgendwie von der Entwicklung her oder tatsächlich auch räumlich, einfach getrennte Wege eingeschlagen wurden. Und das am Ende, am Anfang noch über die Distanz, sei es jetzt, wie gesagt, emotionale Distanz oder räumliche Distanz oder von der Entwicklung her irgendwie Distanz noch aufrechterhalten werden konnte. Aber dann irgendwann mal auch, ja, einfach mit, entweder mit Konflikten oder mit, einfach verbunden war mit, hey, wir interessieren uns entweder einseitig oder beidseitig, gegenseitig nicht mehr für, was wirklich abgeht. Oder wir können auch, teilweise hatte ich dann ausgefühlt, dass die Distanz so groß war, dass ich gar nicht mehr alles, was passiert ist, überhaupt wieder mit der Person so teilen kann. Dass irgendwie schon zu viel Zeit passiert ist oder zu viel Distanz aufgebaut ist. Und dass ich, ich glaube, es war dann auch so im Rahmen eine Freundinnenschaft, die so dann tatsächlich eine Trennung erfahren hat, hatte ich einfach auch, nachdem ich mein inneres Coming-out hatte und viel ist irgendwann im Leben passiert. Und ich war viel durchlaufen und wir hatten so ganz losen Kontakt, aber sie ist nie darauf eingegangen, wie es mir geht oder, also, oder, ja, oder nie darauf eingegangen, auf meine Veränderungen eingegangen. Und irgendwann war ich dann so, als dann für mich Dinge gefestigt waren, da war ich so, ich habe so eine Reise durchgemacht mit meinem inneren Coming-out, mit meinem Coming-out nach außen. Und dass ich auch glaube, dass da, also ich will der Person überhaupt nicht unterstellen, dass sie queerfeindlich ist, aber auf jeden Fall nicht komplett, also nicht offen in diese Art und Weise, das richtig nachzuvollziehen. Und dann habe ich auch für mich einfach so gemerkt, hey, da ist so viel passiert und ich bin genderqueer und all die Sachen und das Ace-Bag und was ich jetzt mache. Und dass es irgendwie da einfach, ja, so viel passiert ist und dann haben wir darüber gesprochen und ich weiß, dass, also ich habe dann auch gesagt, wir sind aus meiner Sicht nicht mehr so eng gefreundet wie früher. Und das fand die Person sehr verletzend und das tut mir dann auch leid. Ich glaube, dass ich vielleicht zwischendrin in dieser Distanzzeit irgendwie da hätte schon vielleicht Dinge ansprechen können. Genau, weil ich natürlich da sie nicht verletzen wollte. Ja, das war so meine Erfahrungen und dann ein konkretes Beispiel oder ein konkreteres Beispiel. Ich muss sagen, jetzt, wo wir darüber reden, fallen mir gerade noch wesentlich mehr ein, aber ich denke, die Beispiele, die ich genannt habe, reichen erstmal. Was ich vielleicht noch sagen möchte ist, viele meiner alten Freundin schaffen, die sind auch einfach auseinander. Wir haben uns einfach auseinandergelebt, andere Ausbildungen, Studiengänge oder sowas gewählt und dann hat man sich einfach aus den Augen verloren. Und da war eben auch einiges bei. Aber ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, wollen wir vielleicht zur Umfrage kommen? Ich wollte eigentlich noch sagen, dass das jetzt schon zwei, drei Jahre her ist und das ist immer noch so. Also es ist jetzt nicht, dass es jeden Tag irgendwie wehtut, aber es ist halt schon was, was mich nach wie vor bewegt, auch ja jetzt, wenn ich es erzähle. Und es ist schon, also ich meine für mich, es ist halt dieses, wir haben drüber geredet über, du verlierst etwas, du verlierst eine wichtige Person und ich habe andere wichtige Personen jetzt. Aber es fühlt sich trotzdem nach einem Verlust an und es ist trotzdem Schmerz und es ist halt, ja, nicht cool. Und ich, ich weiß nicht, also es ist wirklich so, ich kann nicht sagen, dass mich irgendeine, dass es, das, ich kann mir halt so schwer vorstellen, dass ich eine, also, dass ich eine partnerinnenschaftliche Trennung anders empfinden würde. Egal, egal, was war, oder stärker empfinden könnte als das, das ist, also, it's weird. Nö, würde ich nicht sagen. Ich meine, du bist ja auch nicht Limmerend. Ich glaube bei mir tatsächlich, das Einzige, warum ich das stärker empfunden habe, ist nur die Limmerendz. Und wäre die bei mir nicht mehr im Spiel gewesen, hätte ich es wahrscheinlich alles ähnlich schlimm empfunden. Also, ich denke, das ist nicht weird. Das ist völlig in Ordnung, wenn du das so empfindest. Du kannst gerne eine Antwort vorlesen, aber vorher lies mal die Frage vor. Ja, ich lese mal die Frage vor. Habt ihr schon mal eine Trennung einer Freundinnschaft erlebt? Falls ja, möchtet ihr von der Situation berichten? Was ist es euch, wie ist es euch damit ergangen? Wie habt ihr euch damit gefühlt? Gab es besondere Herausforderungen? Das war im Prinzip die Frage, die wir gestellt haben. Und wenn ihr möchtet, dann lese ich mal die erste Antwort vor. Und zwar hat die Person geschrieben, ja. Eine Freundschaft wurde aufgrund unserer beider psychischen Probleme zu der Zeit zunehmend ungesund. Daher sind einige schlechte Dinge zwischen uns vorgefallen, die schließlich zum Kontaktabbruch geführt haben. Einerseits hatte ich noch lange die Hoffnung, dass wir uns wieder anfreunden könnten. Andererseits konnte ich ihr aber auch nicht vergeben. Das hat zum Teil auch die Beziehung zu anderen FreundInnen, die auch mit dieser Person befreundet sind, belastet. Als ich schließlich den Mut hatte, alle Kontaktdaten zu löschen, hat es sich sehr befreiend angefühlt, weil ich das Kapitel ein Stück weit abschließen konnte. Letztes Jahr konnten wir uns endlich aussprechen. Freunde werden wir zwar eher nicht mehr, aber ich konnte mit dem Thema abschließen, hege keinen Groll mehr gegen sie und wir können wie vernünftige, erwachsene Menschen freundlich miteinander reden. Das kommt übrigens von einer Aro Ace, Ace demiromantischen Queer-Person. Ich finde, das zeigt ganz schön, dass auch wenn die Beziehung oder eine Beziehung nicht wieder hergestellt werden kann, trotzdem Abschlüsse möglich sind und auch für beide Personen Abschluss möglich sein kann. Ja, mag ich mal die nächste vorlesen. Ja, ich mach das. Ich hatte mich mit einer Person angefreundet, mit der ich einige Deep Talks geführt hatte. Eines Tages wurde ich per Chat gefragt, ob ich mir mal etwas durchlesen könne. Und das war ein Ich habe mir eine Meinung über dich gebildet und möchte nichts mehr mit dir zu tun haben Text. Ich antwortete Wow, das liest sich sehr emotional, die Person muss dich ja verletzt haben. Und daraufhin wurde ich geblockt. Es dauerte eine Weile, bis ich herausfand, dass der Text tatsächlich mir galt. Ich war so verstört, denn ich erkannte mich in diesem Bild, dass die andere Person von mir gezeichnete, in keinster Weise wieder. Ich machte den Reality-Check mit meinem Freundeskreis und die bestätigten mir das. Ich weiß nicht, in was diese sich da reingesteigert hat, also die andere Person, aber da ich auf allen Kanälen blockiert war, konnte ich das auch nicht wieder gerade rücken. Ich empfand das alles als sehr verwirrend und gleichzeitig auch verletzend. Das ist inzwischen locker zehn Jahre her. Aber das hängt mir immer noch nach, dass eins so einen dermaßen falschen Eindruck von mir bekommen konnte, ohne genauer nachzuhaken, ob dem wirklich so ist. Im Nachhinein betrachtet wird das wahrscheinlich schon besser so gewesen sein, dass diese Freundschaft nicht weiter vertieft wurde. Aber seitdem versuche ich umso mehr, mir nicht allzu schnell die Meinung über andere Personen zu bilden, denn gegenüber anderen möchte ich dieses Verhalten definitiv nicht an den Tag legen. Ähm, das finde ich richtig wild. Ich habe ja die Antworten davor nicht gelesen, ihr habt die ausgesucht. Danke dafür auf jeden Fall. Ihr habt das vielleicht gesehen, ich musste auch richtig reagieren, weil das so ein Auf und Ab war in der Story. Und ich war so, was, das ist ja ein krasses Vorgehen mit diesem Text. Und hey, lies es mal durch und gib mal Feedback. Wobei da ja die Frage ist, ob die Person nicht gedacht hat, dass das, was sie sagt, da klarer ist, als es ankam. Also nachdem wir da jetzt weder die beiden Personen wirklich kennen noch den Textverlauf, wissen wir ja nicht, was da tatsächlich, also von der anderen Seite auch vorgefallen ist. Und manchmal ist es ja schon so, dass irgendwie Personen was wahrnehmen, was man selber nicht wahrnimmt und dann vielleicht noch was drauf projizieren, was sie selber von irgendwo erlebt haben und eigentlich keinem Menschen im Bild am Ende schuld ist tatsächlich. Der Text ist natürlich trotzdem krass und dann direkt zu blockieren, das ist halt eine wahnsinnig krasse Maßnahme, finde ich. Und wenn das so beim Empfängerhorizont ankam, dann ist es ja erstmal auch darauf schockiert zu reagieren. Ja, absolut. Ja, auch irgendwie super legit, weil egal, was die Person sich im Endeffekt gehofft hat, was ihre Nachricht vermittelt, wenn das so ankam, wie das hier ist, oder, ne, das ist ja schon auch heftig. Nee, ich meine nur das erstmal zu sagen, also dass wir nicht wissen, ob es wirklich so intendiert war, im Sinne von, ja, dass es unklar ist, wem das gilt und so, wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber schon krass auch, dass die, ja, dass das scheinbar schon relativ schnell ging und ich, was ich cool finde, ist das Learning tatsächlich, dass die Person daraus gemacht hat oder bekommen hat, nämlich selber sich mehr Zeit zu lassen, sich einer Meinung zu formen, weil das ist ja eigentlich, also das ist ja irgendwie, sag ich mal, das Problem, unter Anführungszeichen, in dem Fall gewesen, denke ich. Wobei es natürlich auch legit ist, zu sagen, ich vertiefe eine Freundschaft nicht weiter, weil mir bei der anderen Person was aufgefallen ist, ob das jetzt stimmt oder nicht, unter Anführungszeichen, oder ob andere das so wahrnehmen oder nicht. Aber, wie gesagt, so ein Text ist halt sehr krass und danach direkt blockieren und nicht drüber reden, I don't know. Ja. Vor allem könnte man doch einfach sagen, hey, ich möchte diese Freundschaft jetzt eher nicht vertiefen, I don't know. Ja, absolut, zu hundert Prozent. Und ich finde auch, dass, also, wenn da so Deep Talks führt, wo es ja auch richtig persönlich wird oder ja auch eventuell so ein bisschen ein sehr tiefes Vertrauens, also wenn man ja auch irgendwie vertraut, dass man seine Emotionen oder Gefühle, was da auch immer gesprochen wurde bei diesem Deep Talks, seine Ansichten oder Meinungen, ja auch irgendwie vertrauensvoll umgegangen wird. Und wenn darauf sich dann bezogen so blockiert wird, dann ist es, glaube ich, schon auch sehr, oder nochmal mehr vor den Kopfschluss oder schwerer, als wenn dann einfach gesagt wird, oh, ich habe jetzt einfach, ich will die Freundschaft einfach nicht vertiefen, aus welchen Gründen auch immer. Also, natürlich wissen wir überhaupt nicht, was in dem Text drin stand. Aber wenn da so ein bisschen der Bezug auch hergestellt wurde hier in der Antwort, zwischen Deep Talks und dann kam das sich halt so eine emotionale Text wie, na, als Nachricht. Ja, beziehungsweise haben so Deep Talks und Vertrauen ja irgendwie auch an sich, dass man sich öffnet und gegebenenfalls auch über die Dinge öffnet, die an sich selber vielleicht nicht so cool sind. Also, ich habe jetzt natürlich auch keine Ahnung, worüber da geredet wurde, aber das ist ja dann schon oft auch manchmal bei, sage ich mal. Und ich glaube halt gerade da wäre es ja sinnvoll, nicht direkt mit dem, ich weiß nicht, Richterhammer draufzuschlagen, so. Also, das ist halt, also das finde ich halt auch so, also gerade weil da irgendwie doch ein gewisses Vertrauen oder zumindest ein gewisses Teilen von solchen, von tieferen Sachen oder persönlicheren Sachen da war, finde ich es halt irgendwie so ein krasser Sprung. Ja, zu 100 Prozent ist tatsächlich das mal auch passiert. Das, da muss ich jetzt gerade so denken, das war auch auf jeden Fall eine Trennung von einer Freundinnenschaft. Da hatte ich mit der Person relativ viel über meine Dynamiken mit aus vergangenen Jahren, also wirklich Kindheit zurückgesprochen, wo ich einfach weiß, wo ich mich ganz falsch verhalten habe, weil ich, ja, so einfach im jungen Kindesalter, im Kindesalter, im jungen Jugendlichenalter. Und die Person hat es dann dermaßen gegen mich instrumentalisiert. Das war wirklich, das war wirklich erschütternd. Und das war auch in einer Zeit, wo ich eh mich wegen meiner, damals wusste ich nicht, dass ich aromantisch bin und hatte mich eben pathologisiert sehr stark selber. Und dann hat sie das alles in so einen Cocktail mir an den Kopf geworfen. Und das hat, das war, das war, das war richtig schlimm für mich. Da habe ich auch eine Woche gebraucht mit ganz vielen körperlichen Reaktionen und so weiter und so weiter, über diese Anschuldigungen überhaupt hinwegzukommen. Und mich dann auch eben von der Person zu trennen, weil, also von der Freundschaft zu trennen, sehr abrupt, ganz abrupt. Ich war so, du hast, also ich will auch gar kein klärendes Gespräch mehr führen, weil alle Sachen, alle Emotionen, die ich dir jetzt wieder anvertraue, hast du überhaupt nicht verdient, dass ich dir meine Emotionen anvertraue. Und habe das dann einfach, einfach gesagt, nee, habe ich dann, nee, keinen Kontakt. Wir haben noch zusammen gewohnt, das war ein bisschen problematisch. Aber tatsächlich war das für mich leichter als für die andere Person. Hat mir ein bisschen Genugtuung gegeben. Das finde ich tatsächlich auch, also legit zu sagen, hey, ich will da kein klärendes Gespräch mehr. Ich finde ja auch in dem Fall hier dieses, erst mal einen Hammer raushauen und dann blocken so krass, weil dann nicht mal eine Frage möglich ist oder was auch immer. Oder wieso nimmst du das eigentlich so wahr? Oder, keine Ahnung, ich meine, wenn ich irgendwas an der Person wahrnehme, kann ich das ja auch einfach mal so ansprechen, ohne zu sagen, keine Ahnung, was auch immer. Mich erinnert das auch echt so ein bisschen, also was der Person passiert ist im Prinzip von dem einen Beispiel, was ich erzählt habe. Ich meine, die andere Person, die sich da so abrupt getrennt hat, also ich meine jetzt die, die mich dann schlecht geredet hat, hätte ja auch vorher mit mir reden können. Wir hatten ja auch engere Gespräche geführt. Wenn sie ein Problem mit mir hat, mir das auch sagen können, dann hätten wir das auch wissentlich beide trennen können, stattdessen halt den Weg zu gehen. Und die hat eben auch Dinge über mich erzählt, die verdreht waren, aber im Prinzip schon Teile der Wahrheit in Sprache, nur halt anders hingepackt wurden. Man kann ja auch gerne Sachen gegen einen verwenden, auch wenn es eigentlich gar nicht negativ gemeint war. Ja, soll ich noch eine Antwort vorlesen? Sehr gerne. Gerne. Bei Freundschaften habe ich den Eindruck, dass nicht so klar definiert ist, ab wann und bis wann man befreundet ist. Ich habe zu einigen Freundis schon lange keinen Kontakt mehr und glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Aber es fühlt sich nicht nach Trennung an, wenn man wegen veränderten Lebensumständen, besonders nicht mehr in derselben Stadt wohnen, nichts mehr voneinander hört oder man sich langsam auseinanderlebt. Bei manchen Freundschaften habe ich mich noch bemüht, Kontakt zu halten, bis ich frustriert war, weil von der anderen Person nichts zurückkam. Wie eine Trennung fühlt es sich für mich an, wenn ich nach einer Unterhaltung das Gefühl habe, die Freundschaft ist jetzt deswegen beendet. Das hatte ich einmal, nachdem ich einem Freund geschrieben habe, dass ich mit unserem gemeinsamen Hobby aufhöre und er darauf nicht geantwortet hat. Da habe ich realisiert, dass ich die Freundschaft damit beendet habe. Aber es war nicht schlimm, weil uns außer diesem Hobby nichts verbunden hatte. Seltsam war es trotzdem. Und vielleicht hat er das auch nicht so wahrgenommen. Zumindest hat er über ein Jahr später geschrieben, Hallo, wie geht's? Und ich habe ihn ignoriert, weil die Freundschaft für mich halt beendet war. Interessant, also. Also mit dem Auseinanderleben kenne ich ja, hatte ich ja gesagt. Und ich kenne das aber auch, dass dann Leute sich irgendwann wieder melden und einfach mal fragen, Hallo, wie geht's? Ja, ich antworte dann selber tatsächlich meistens. Ich auch, wollte ich gerade sagen. Ich habe dann im Allgemeinen auch geantwortet. Aber es ist natürlich auch legitim zu sagen, man möchte das nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich das nicht dann auch geschrieben hätte. Aber gut, da ist jede Person anders. Ja, ich finde auch das mit denen getrennte Wege einschlagen, dass dann nichts in der richtigen Trennung anfühlt. Kann ich auch verstehen. So habe ich auch viele FreundInnen. Und zu denen ich mich auch irgendwie immer noch irgendwo verbunden fühle. Wo ich mir denke, hey, ich weiß ganz, ganz grob, wo du wohnst, in welcher Ecke. Und dass es irgendwie immer so offen ist, dass man sich nochmal schreiben kann oder irgendwie doch nochmal über den Weg läuft oder sich wieder sieht und dann auch irgendwie alles so in einem neuen Setting oder im anderen Rahmen auch irgendwie alles wieder gelebt werden kann. Ja. Ich weiß nicht. Also ich hatte schon auch Beziehungen, die sich einfach auseinandergelebt haben. Aber mehr oder mehr so gefühlt hatte ich schon auch eher Trennungen. I don't know. Das liegt vielleicht an mir. Was weiß ich. Ja. Also ich glaube, dass es bei mir so ist, weil ich, also wer sagt, das ist so jetzt erstmal meine Wahrnehmung für mich selber in der Richtung, dass ich relativ schnell so viele oder relativ schnell sozialen Kontakt aufbauen kann. Aber dann irgendwie auch so teilweise halt merke, ich habe auch nicht Kapazitäten, so viele kleine soziale Kontakte zu pflegen und vor allem auch, wenn es dann über die Stadtgrenze hinausgeht sozusagen. Genau. Und deswegen, dass irgendwie ich schon relativ viele Menschen habe, wo ich mir denke, hey, wir hatten einen netten Kontakt für ein halbes Jahr oder für ein Vierteljahr oder wie auch immer. Und das hat sich irgendwie da in der Zeit sehr verbunden angefühlt und war auf jeden Fall eine soziale Beziehung. Und jetzt gerade sind die Umstände anders und wir haben uns so ein bisschen irgendwie, ne, ich bin aus den Augen verloren, ich bin auf Instagram und dann sind die Leute auch auf Instagram und dann kriegt man ja manchmal so mit oder irgendwie auch nicht. Aber das ist dann so über die Distanz hinweg irgendwie in Ordnung und wenn das dann mal wieder anders aussieht, dann sieht man wieder anders aus. Also, ja. Aber ich kann auch verstehen, dass dann diese Distanz, habe ich auch vorhin beschrieben, einfach dann zu einer Trennung führt und dass dann ein Gespräch kommt und dann ja auch dahinter eine Trennung auf jeden Fall stattfinden kann. Voll, absolut. Also, ich glaube, das ist ja beides total legitim, sage ich mal. Ja. Ja, bestimmt. Wir haben hier noch Stichpunkte zum Thema Freundinnenschaften. Einseitige Trennungen. Ja, im Prinzip, die beiden Beispiele, die ich gebracht habe, waren ja einseitige Trennungen. Die eine quasi nicht genannt, die andere dann, naja, auch nicht benannt, aber direkt. Ja, es ist dann natürlich schwierig, wenn es einseitig ist. Vor allen Dingen, wenn es einseitig ist und dir nicht gesagt wird. Ja, das ist schon krass. Also, ja, sollte schon. Also, gerade weil ihr ja in der Schulklasse auch wart und einen gemeinsamen Personenkreis hattet quasi. Eigentlich auch eine gemeinsame Bank. Ja. Ja, ist das halt schon nochmal krasser, finde ich, weil die Person ja trotzdem die ganze Zeit existent ist in deinem Umfeld. Die habe ich wirklich komplett ignoriert. Die hat so getan, als wäre ich duft. Die hat nicht mehr mit mir gesprochen. Ist an mir vorbeigelaufen. Im Zweifelsfall habe ich sogar angerempelt. Das werde ich nicht vergessen. Das war, auf einmal war ich, existierte ich nicht mehr. Bis dann zum Glück nach einem halben Tag eine Person erbarmen hatte und mir das dann erklärt hatte, dass sie eigentlich schon vorher immer schlecht über mich gesprochen hatten. Das habe ich echt nicht gemerkt. Das habe ich nicht gemerkt. Ich dachte... Ja, das erwartet man ja auch nicht, denke ich, von befreundeten Personen oder von Personen, wo man denkt, dass da eine Freundschaft ist. Und ich finde das halt auch... Also ich hatte in meiner Schulzeit auch mal, also in der Oberstufe auch mal, so ein Freundinnenschafts-Drama quasi. Für mich ging das aber dann im Endeffekt auch, wenn es sehr, sehr anstrengend und schwierig war, gut aus. Allerdings hatten wir dann nach der Schule sowieso alle keinen, bis nur noch sehr sporadischen Kontakt bis jetzt. Ja, ich finde das so spannend, das einseitige Trennungen-Thema auch. Aber ich kann tatsächlich so wirklich einseitige Trennungen, habe ich nur einmal mitbekommen und das war tatsächlich in einer partnerinnenschaftlichen Beziehung. Nicht meine, doch. Nee, aber das war tatsächlich eine Shitshow, weil das war... Also die waren verheiratet über Jahre. Also das waren tatsächlich die Eltern einer sehr gut befreundeten Person von mir. Und dann hat sie entschieden, sie möchte sich trennen und scheiden lassen nach längerer Zeit. Und der Partner hat das absolut nicht akzeptiert. Und aus religiösen Gründen vor allem oder mit der religiösen Begründung, dass die Ehe nicht gelöst werden kann. Und hat sich geweigert, das anzuerkennen. Hat sie auch danach noch als seine Frau vorgestellt. Und es war ziemlich schwierig. Woraufhin sie halt dann auch den Kontakt sehr stark eingeschränkt hat. Und nicht mehr... Also sie hat dann später mal zu mir gesagt, sie hätte eigentlich... Wäre sie gerne mit ihm befreundet gewesen. Das war geblieben. Das war die ursprüngliche Intention. Aber daraus wurde dann dementsprechend sehr verständlicherweise nichts. Aber das war die einseitigste Auflösung irgendeiner Beziehung, die ich jemals erlebt habe. Das war jetzt eine Ehe, ne? Ja, genau. Das waren die Eltern einer befreundeten Person von mir. Ja, das ist schon auch krass. Vor allem, ich habe so allgemein, also aus meiner Wahrnehmung, aus meinem bisher Leben, so ein bisschen die Einschätzung oder die Wahrnehmung, dass sich innerhalb von romantischen Beziehungen am Ende oft irgendwie ein bisschen mehr bemüht wird, so zu sprechen oder auch konkreter zu benennen, warum Sachen auseinander gehen und innerhalb von Freundinnenschaften solche Gespräche nicht so konkret stattfinden oder sich da auch beidseitig nicht so viel Raum für genommen wird oder Zeit für genommen wird. Hat aber, glaube ich, auch was mit Amatonormativität zu tun, oder? Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Weil wir dem nicht die Energie und die Zeit geben oder sagen, das ist nicht so wichtig in vielen Fällen. Aber Freundinnenschaften können, also können natürlich für manche Menschen auch einfach nicht so wichtig sein, aber können halt auch super wichtig sein. Also, I mean, warum kann ich, also wenn ich nach Jahren noch um eine Freundinnenschaft weinen kann, dann, also ich meine, dann ist das wichtig, so. Und, aber Amatonormativität sagt uns halt irgendwie, es ist nicht so wichtig. Und ich glaube auch, wir, ja, einerseits, wie die letzte Antwort, die wir vorgelesen haben, ist es halt nicht so klar definiert und es wird nicht so klar verlangt. Also, ein Stück weit fordert die Gesellschaft von uns, ja, durchs Benennen, also, dass wir Beziehungen auch labeln, weil sie nicht lesbare Beziehungen nicht wirklich einlesen kann, I guess. Man siehe aber, wie ich struggle, manche Sachen zu beschreiben, auf die irgendwie kein Label passt. Aber einerseits, da besteht halt so ein bisschen die Notwendigkeit unter Anführungszeichen, was man ja auch hinterfragen kann, dass das Ende einer Partnerinnenschaft auch bezeichnet wird, damit eine neue Partnerinnenschaft gefunden werden kann, Fragezeichen, oder damit das wieder der Status der Person wieder einlesbar ist, was weiß ich. Und das ist ja bei Freundinnenschaften nicht der Fall, einerseits mal, und zweitens verlangt ja auch niemand von uns ständig, also klar, wir haben so ein Binärsystem aus Partnerinnenschaft, romantisch-sexuell, bla bla, und Freundinnenschaft, alles andere, basically, gefühlt. Nee, nicht alles andere, aber halt platonisch unter Anführungszeichen und alles, was nicht Partnerinnenschaft ist und wichtig ist, ist dann Freundinnenschaft, was so ja dann auch nicht stimmt. Ich würde es mal stark in Frage stellen, aber ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu führt, dass wir von Freundinnenschaften diese Klärung und dieses klare Ende und diesen Cut nicht erwarten. und weil es ja auch irgendwie sozial adäquat normal ist, mehrere Freundinnenschaften zu haben und dann irgendwie auch nicht erwartet wird, dass der eine Wegfall so schlimm sei. Keine Ahnung, ich glaube, das ist auch so ein Klischee oder ein Stereotyp oder was, was ich vorhin über Poly-Beziehungen gehört habe, dass es ja dann nicht so schlimm ist, wenn man eine romantische Beziehung verliert, wenn man noch andere hat. Ich finde das irgendwie ein wildes Konzept. Es ist ein mieser Stereotyp. Also, I mean, ich würde mal sagen, es ist schlimm, eine Freundinnenschaft zu verlieren, wenn sie wichtig war. Also, natürlich nicht für jede Person gleich, aber für mich ist das krass, schon. Und wenn eine Person mehrere Partnerinnenschaften hat, ist es trotzdem super mies, eine Person zu verlieren, mit der eine enge Bindung besteht. Ja, und alles, was wir da vorgesagt haben, Routine, die Safe Space, jetzt alles fällt ja weg. Also, das ist ja immer, das fällt ja trotzdem genauso weg, egal, welche anderen Beziehungen man irgendwie noch führt. Ja, und ich habe ja vorher, also jetzt wieder in Bezug auf Freundinnenschaften, beziehungsweise eigentlich in Bezug auf alle Beziehungen, die ich führe. Ich habe ja jetzt andere enge Beziehungen auch wieder, aber es ist halt trotzdem schmerzhaft oder restschmerzhaft so. Ein Aspekt, den ich bei Trennung Freundinnenschaften ganz interessant fand, was ich so in Online-Recherche gesehen habe, ist quasi, dass unter anderem, also hat eine Person davon berichtet, dass es unter anderem komisch sein kann, zu anderen Freundinnen zu gehen und dann zu sagen, hey, ich vermisse diese Person, also diese Freundinnenschaft mit der anderen Person so arg und dass es ja dann innerhalb dieses Gesprächs beidseitig verschiedene Gefühle auslösen kann, unter anderem wie, sowas wie, bin ich nicht gut genug oder bin ich nicht, wir sind auch befreundet oder also quasi in diese Richtung, dass es auch gar nicht so leicht eventuell ist, sich auf der gleichen Ebene von Beziehungen an andere Beziehungen zu wenden, die man noch hat, wenn man eine verloren hat. Macht das gerade Sinn? Ja, dass ich sehe, was du sagen willst. Es ist halt auch ein Konzept, das ich mal krass in Frage stellen wollen würde, weil einfach Beziehungen so unterschiedlich sind und es gibt nicht nur zwei Kategorien, in die wir die reinordnen können und klar, ich verstehe das ein Stück weit, dass diese Gefühle dann aufkommen und natürlich möchte ich auch immer gerne meine Freundinnen supporten können, wenn sie ein Problem haben oder wen vermissen auch, aber das kann ich halt nicht immer, weil es halt trotzdem schmerzt, wen zu verlieren. Das ist so. Und ja, ich finde, noch hättet ihr teilweise das Gefühl, dass ihr, wenn ihr euch von Freundinnenschaften getrennt habt, dass ihr da dann innerhalb von anderen Freundinnenschaften nicht den Raum bekommen habt aus diesen Gründen oder weil, ja? Ich habe gerade nachgedacht, also früher habe ich da gar nicht drüber gesprochen mit anderen befreundeten Menschen, muss ich dazu sagen. Also was ich euch erzählt habe, die beiden Varianten habe ich nicht drüber gesprochen. Heute, wenn sowas kommt, spreche ich mit Leuten drüber und die Menschen, die ich jetzt um mich habe, die nehmen das ernst. Also da muss ich sagen, da habe ich keine Probleme. Aber früher habe ich es halt selber nicht angesprochen, deswegen kann ich es nicht sagen. Ja, Finn? Ich finde es schwierig, darauf zu antworten, weil einerseits habe ich noch nicht drüber nachgedacht bislang und andererseits habe ich, glaube ich, mir, wenn ich Raum gebraucht habe, doch, ich hatte den Raum, darüber zu sprechen. Ich habe ihn mir nicht genommen im letzten Fall. Tatsächlich sehr lange bis vor, bis im Juni habe ich ihn mir nicht genommen und im Juni habe ich dann mit wem drüber gesprochen, auch auf die Art und Weise oder auf eine Art und Weise, die mir, glaube ich, gut getan hat und da war auch eine andere Situation, Auslöser beziehungsweise zwei andere Situationen. Aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, oft mir den Raum einfach auch nicht genommen und davor finde ich schwer zu beantworten, weil ich in manchen Fällen habe ich mir den Raum genommen und in anderen Fällen halt nicht, aber ich weiß halt nicht, wie weit das an anderen Leuten lag und ich glaube spätestens ab, keine Ahnung, wie ich 17 Jahre alt war, hatte ich zumindest einen Raum dafür und davor fällt es mir schwer, das einzuschätzen, weil ich die Erinnerungen nicht so klar habe, was mich genau in welchem Fall abgehalten hat, worüber zu sprechen. Sicher auch andere Gründe, als dass der Raum gefehlt hat, sage ich mal. Ja, kann ich auch verstehen. Also ich finde auch, dass ich bei meinen Freundes, oder ihr wisst, das sage ich jetzt nur einmal, damit ich es mal gesagt habe, ich bezeichne eigentlich meine Freundinenschaften, die pflege ich nicht als Freundin schaffen, weil das Konzept für mich selber irgendwie halt nicht passt. Für mich sind es immer sehr individuelle, ausgestaltete Sachen von mir, emotional aus zumindest und ich rede da auch eigentlich mit meinen Freundes oft drüber, dass es für die auch irgendwie passt, dass ich das irgendwie anders label. Aber ja, egal wie, anyways, ich werde jetzt trotzdem das Wort benutzen, weil es es um einiges einfacher macht und weil wir wissen, über was wir reden, denke ich jetzt mal über platonische Beziehungen. Okay, jetzt fange ich an zu reden und zwar hatte ich auf jeden Fall auch immer den Raum und es war nie das Gefühl, dass Leute dann so ein bisschen darauf reagiert haben, aber du hast doch noch mich und warum bist du jetzt so traurig über diese andere Beziehung, die du verloren hast, wir haben doch so die gleiche Ebene. Das war nicht der Fall und es war auch andersrum, weil für mich nie ein Gedanke, den ich hatte, wenn Freunde, die es zu mir kamen, was tatsächlich für mich ein bisschen teilweise schwer gemacht hat, über die Trennung zu reden, von der ich gesprochen hatte, wo quasi die Distanz zu einem Problem wurde an sich, weil es für mich halt super wichtig ist, dass ich durch diese, dass meine Emotionen erst mal und diese Bindung, die ich zu Leuten habe, nicht gar keinen Abbruch nimmt, denn wir auch sich Dynamik ändern und wir weniger schreiben oder mal mehr schreiben oder weiter auseinander leben oder wieder enger beieinander leben oder auch emotional uns einfach distanzieren, also oder, so dass das eine gewisse Dynamik für mich und Spannweite auf jeden Fall in Ordnung ist und gut ist und dass sich da die Emotionen gar nicht abtun, dass ich mich eigentlich immer Euphorie fühle, wenn ich an meine FreundInnen denke und das auch immer so Beibehalt und dann war es irgendwie schwer, das so sehr nuanciert in Worte zu fassen, warum diese Distanz, emotionale Distanz und räumliche Distanz dann mit der einen Person so verlaufen ist, dass es einfach in einer Trennung dann geendet hat, weil das einfach schon an dieser Distanz lag und einfach, dass dann zu viel passiert ist, um wieder auf, wieder, oder zumindest von meiner Seite einfach zu viel passiert ist, um wieder auf einen Nenner zu kommen und sich immer wieder in einem freundschaftlichen Kontext zu begegnen oder in einem platonischen Kontext hier zu begegnen und deswegen hatte ich da, glaube ich, teilweise schon auch Probleme darüber zu sprechen, weil ich meinen anderen Freundes nicht das Gefühl geben wollte, dass so eine Dynamikänderung für mich pauschal oder generell ein Problem ist, dass halt, und ich glaube, ab so verallgemeiner zu sagen, mit Problemen über Freundinnen zu Freundinnen zu gehen, kann ja auch so ein bisschen auslösen, oh, ich sehe mich in dem, was du beschreibst gerade selber und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen wollte, wenn das schlüssig war. Ja, ich denke, das war schon schlüssig. Okay, genau, das wollte ich dazu hinzufügen. Ja? Ja. Ich wollte nur noch kurz unseren letzten Notizpunkt ansprechen, würde ich aber kurz halten, persönlich, bei Trennungen von einer Person, von einer Gruppe, was ist, was ich persönlich auch schon erlebt habe, kommt, glaube ich, noch einfach dazu, diese Gruppendynamiken kommen dazu und halt, dass du gleich mehrere Personen auf einmal verlierst, was ja auch krass sein kann oder dass, wenn es Komplikationen gibt, nochmal mehr Personen da ihre Emotionen und ihre vielleicht auch manchmal nicht so reflektierten Reaktionen hineinbringen. Und es passiert ja auch eine Trennung von der Gruppe an sich dann, also jede einzelne Person, aber auch die Gruppendynamik an sich. Absolut, ja. Das ist auch eine Trennung. Klar. Von dem ganzen sozialen Konstrukt quasi. Das ist auf jeden Fall entweder eine Transformation der Gruppe aus, des Gefüges, oder eben im schlimmsten Fall sogar die komplette Auflösung, ja. Ja, das natürlich auch. Das ist jetzt die Seite der Gruppe. Die habe ich jetzt, über die habe ich jetzt noch gar nicht so nachgedacht gehabt eben. Aber das stimmt natürlich auch. Ich hatte jetzt eher von der Person her gedacht, die rausgeht, aber du hast natürlich recht, dass die Gruppe auch betroffen ist von dieser Veränderung oder dann Auflösung, je nachdem, was überhaupt passiert. Und das kann ja im Sinne von es passiert irgendwas und die ganze Gruppe ist irgendwie direkt betroffen sein. Also im Sinne von wir haben gleich krasse Gruppendynamiken, vielleicht einen Konflikt oder irgendwelche anderen Sachen, die passieren und alle betreffen. Oder auch, was ja auch sein kann, ist, dass eine Person einfach entscheidet, sie löst sich da jetzt raus und das löst dann die Transformation aus. Das sind halt, finde ich, auch nochmal sehr verschiedene Situationen eigentlich. Und jetzt als letzten Punkt, den wir jetzt so verschiedenen Arten von Trennungen noch mit einnehmen wollten, ist der Punkt familiäre Trennungen. Was fällt euch dazu ein? Mir fällt, also ich hatte jetzt selber noch keine familiäre Trennung oder Trennung von meiner Familie. Also zumindest nicht auf irgendeine endgültige Art und Weise. Aber das, was ich damit so ein bisschen verbinde, ist, dass es nochmal anders ist, weil Familie ja wirklich oft schon lange Zeit da ist. Oft länger als Partnerpersonen oder Freundesmenschen oder Freundesmenschen nicht immer natürlich. Aber dass da dann ja auch oft so richtig viel vorgefallen ist, wenn Personen sich entscheiden, da einen Cut zu machen. Aber dass es gleichzeitig auch nochmal um so viel schwieriger sein kann ein Stück weit und auch Erwartungen auf eine andere Art und Weise noch einmal widerspricht vielleicht. Macht das Sinn für euch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht nur die Zeit, die schon, die eventuell länger ist, die man mit der Familie verbracht hat, sondern auch, also selbst wenn ich eine befreundete Person habe, mit der ich schon im Kindergarten befreundet war und dann jetzt immer noch, dann ist vielleicht die Zeit sehr ähnlich. Aber wenn man zu Hause mit dem gleichen Raum teilt, also weit man sich auch im gleichen Raum teilt, ein gleiches Dach und dann das gleiche Dach über dem Kopf hat, dann kriegt man ja ganz andere Einblicke in das gegenseitige Leben oder in die gegenseitige Gedankenwelt oder man kriegt ja die Phasen, die man so durchlebt, viel intensiver mit von allen, die da mit einem sind. Also zum Beispiel, wenn ich mir an meine Geschwister denke, das ist viel ein intensiveres Kennen als, oder eine andere Art von Kennen, vielleicht nicht intensiver, aber eine andere Art von Kennen als bei Freundinnen, die ich eventuell schon genauso lang kenne. Ja, beziehungsweise auch, wenn eine Zeit lang derselbe Raum geteilt wurde zu einem großen Teil und das sind ja auch oft Dynamiken, in die eine Person hineinwächst, sage ich mal und zumindest für mich ist es auch schwierig, die dann irgendwie auch zu durchschauen oder bewusst zu haben, erst einmal. Das ist ja auch ein Prozess und ich finde schon so eine gewisse Abgrenzung und Distanzierung manchmal so ein bisschen herausfordernd, auch als erwachsener Mensch, auch wenn ich das durchaus an manchen Stellen natürlich, oder für mich selber auch gemacht habe, auch meine Familie ist ja auch sehr groß, aber gleichzeitig ist es für mich richtig schwer, sich vorzustellen, da einen kompletten Cut zu machen zu Menschen oder bestimmten Menschen und es gibt natürlich Situationen, wo das eine gute und wichtige Entscheidung ist, aber ich glaube, es ist auch eine richtige Herausforderung, so ein Stück weit. Ja, absolut. Ich dachte tatsächlich zweimal in meinem Leben an verschiedenen Stellen, dass ich einfach mit meiner, mit meinem einen Geschwisterkind keine Beziehung mehr haben werde, einfach. Und das kam dann doch auch irgendwie immer anders, weil man ja auch dann, wenn es jetzt zum Beispiel auch nur eine Person ist aus der Familie, ja auch immer der gemeinsame Bezug da ist und dann auch irgendwie so gefordert wird, dass man sich jetzt einfach wieder zusammenrauft sozusagen oder auf irgendeine Art und Weise, auch wenn man nicht super close ist, auf irgendeine Art und Weise wieder miteinander einen Umgang findet, sodass man Teil auf den gleichen Familienfeiern sein kann. Ich glaube, je nachdem, ob es jetzt die Familie an sich ist oder eine Person innerhalb der Familie, kommt da immer sehr viel Dynamik mit, also sehr viel auch von außen bestimmt, welche Dynamiken jetzt diese Trennung hat. Voll. Also ich denke auch, das, was du gerade angesprochen hast, zeigt ja so ein bisschen auch Erwartungen, die andere Menschen haben einen Kontakt mit der eigenen Familie erst einmal, sage ich. Also einerseits natürlich in der Familie, dass gesagt, ja, in dem Fall, ihr solltet auf gemeinsame Familienfeiern gehen und das ist ja kompliziert, wenn wir eine Person nicht einladen müssen oder uns aussuchen müssen, wen und das ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das super schwierig sein kann, auch für die anderen Familienmitglieder. Aber andererseits ist es ja auch irgendwie die Erwartungen von außen, weil ich denke, in meiner Erfahrung rechnet jetzt niemand damit, dass ein Mensch den Kontakt mit der Familie abgebrochen hat oder darüber nachgedacht hat, schon irgendwann in seinem Leben, was ich an bestimmten Stellen ja auch mal gemacht habe, bei mir nicht bei Geschwistern, sondern beim anderen Familienmitglied. Aber ist dann auch anders gekommen, aus anderen Gründen. Die Lage hat sich halt stark gebessert, für mich dann auch. Zumindest so weit, dass ich gesagt habe, es ist aushaltbar, sage ich mal, oder für mich tolerabel, haltbar, wie auch immer. Und außerdem kompliziert, also den Kontakt abzubrechen, also es hat sich so die Waage gehalten und es war okay oder ist okay. Und gleichzeitig, also was ich eigentlich sagen wollte, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, es rechnet irgendwie keiner damit. Und wenn ich erzählen würde oder wenn eine Person erzählt, ja, sie hat zu diesem Familienmitglied keinen Kontakt mehr, je nach Situation ist dann irgendwie auch, also wird dann irgendwie auch, sage ich mal, gesellschaftlich eine Erklärung erwartet. Also so nach dem Motto, wenn du Kontakt zu deiner Familie abgebrochen hast und besonders zu deiner Kernfamilie oder zu Elternteilen oder Kindern auch, also wahrscheinlich oft, in meinem Kopf sind es oft Elternteile oder vielleicht eben auch Geschwister, dann wird erwartet, also besonders bei Elternteilen glaube ich, dass du einen guten Grund hast, was irgendwie auch, also einerseits Quatsch ist, weil für jeden Menschen ist, also jeder Mensch bewertet und erlebt Situationen anders und gute Gründe unter Anführungszeichen sind vielleicht auch nicht immer von außen sichtbar oder können vielleicht mehr sein als nur unter Anführungszeichen gesellschaftlich akzeptierte Gründe, die halt als so richtig krass akzeptiert werden. Finde ich so ein bisschen schwierig persönlich, ist vielleicht auch so eine Erwartung noch, dass die Eltern-Kind-Beziehung auch eine ist, wo Kinder sich später um ihre Eltern kümmern, nachdem sich die Eltern ums Kind gekümmert haben, I guess. Also nur eine Spekulation, woher das kommen könnte. Ja, was ich mir auch gerade noch gedacht habe, woher das kommen könnte, ist, dass viele Personen ja auch selber zum Beispiel jetzt eine Elternteil-Kind-Beziehung haben, in welche Richtung auch immer oder auch irgendwie selber sich dann so direkt, sag ich jetzt mal, auf sich selber ziehen. Also zum Beispiel, wenn mir jemand erzählen würde, oh, ich habe mit meinem Onkel keinen Kontakt mehr, dann würde ich irgendwie kognitiv dafür arbeiten, dass ich halt jetzt meine eigene, die Beziehung zu meinem eigenen Onkel da rauslasse, wo ich dann denke, aber so eng sind wir doch gar nicht, was ist denn da passiert? Also nicht bei mir jetzt speziell, aber ich habe das jetzt mal als vereinfachtes Beispiel genommen, dass ich hier über mich rede. Weil jeder oder viele Menschen haben ja diese Beziehungen selber und dass dann oft dieser, was ja auch enge Beziehungen sind und dann das nicht komplett losgelöst werden kann oder nicht ad hoc so sofort losgelöst wird vom eigenen Erleben, von der eigenen engen Beziehung, die man eventuell mit den Familienmitgliedern hat. Ja, beziehungsweise zumindest der, ich sage mal, funktionsfähigeren Beziehung unter Anführungszeichen und dass da dann oft nicht gesehen wird, dass es nicht, also es gibt ja viele Gründe, warum eine Beziehung einem Menschen nicht gut tut, auch also gerade in Eltern-Kind-Beziehungen oder in anderen familiären Beziehungen und ich finde, da sollten wir ein bisschen, also gesellschaftlich braucht es da mehr als nur, also braucht es da mehr Akzeptanz als nur unter Anführungszeichen so drei, vier Gründe, die das unter Anführungszeichen rechtfertigen, weil eine Person muss sich halt eigentlich nicht rechtfertigen, wenn sie eine für sie nicht gewinnbringende, sondern sogar schädliche Beziehungen hinter sich lässt oder so. Ja, absolut. Ja, ich denke, wir haben dann noch einen anderen Punkt hier aufgeschrieben in unseren Notizen und zwar steht da zwischenmenschliches Verhalten nach der Trennung, nach einer Trennung, wie verhalten wir uns denn am besten nach einer Trennung? Was würdet ihr sagen oder habt ihr Gedanken dazu? Also ich denke, das erste ist erstmal, wenn eine Trennung gewünscht ist, das akzeptieren, versuchen zumindestens und ganz wichtig ist, unter anderem Grenzen zu respektieren, wenn mir einfach eine Person sagt, also bis hier geht es und weiter nicht, dass ich das einfach versuche zu respektieren und eben auch Freiräume versuche zu schaffen. Naja, was meint ihr? Ja, also ich glaube, je nachdem, wie die Trennung abläuft oder je nachdem, es kommt ja eben auf ganz vieles drauf an, wenn es die Möglichkeit gibt, dass noch darüber gesprochen werden kann, wie gewisse Dinge ablaufen in Zukunft, also wie wollen wir miteinander umgehen, wenn wir uns plötzlich über den Weg laufen oder wie wollen wir miteinander umgehen, wenn wir dann auf der gleichen Feier sind oder dass man sich irgendwie wieder, wenn man noch in der gleichen Stadt wohnt oder im gleichen Freundeskreis noch hat oder so weiter, dass man das dann nochmal für sich selber nochmal bespricht und dass man auch klar dann weiß, was will man selber und was will die andere Person? Ja, das sicher. Ich glaube, Grenzen eben aussprechen dann und eben auch sich die Freiräume zu schaffen, ist gut. Auch die Frage, ob halt kein Kontakt ist oder wenig Kontakt oder für eine Zeit gar keiner und dann wieder Kontakt, da ist es, glaube ich, gut, sich auch konkret was auszumachen oder zu schauen, wie läuft das jetzt, wenn wir nicht absolut No Contact gehen, weil das ist ja dann auch immer schwierig. Es kommt halt auch darauf an, was für, was das Ziel ist quasi. Also, wie ihr schon sagt, es ist nicht jede Trennung gleich. Und zu dem, was du vorher gesagt hast, Noah, ja voll, also akzeptieren ist sicher wichtig, was jetzt aber nicht heißt, dass eine Person nicht auch verärgert, wütend sein darf oder sonst welche negativen Emotionen empfinden darf, das haben wir vorher schon drüber geredet, dass es erstmal keine falschen Emotionen oder Gefühle dazu gibt, aber, dass eben der Umgang damit entscheidend ist und ich glaube, dass gerade dann, wenn wir, ich hatte von dieser einseitigen Trennung oder erzählt, in der Partnerinnenschaft, wo das nicht akzeptiert wurde, wenn es zu übergriffigen Verhalten kommt, auch bei anderen Trennungen, aus anderen Formen von Beziehungen, dann ist was falsch. Also, übergriffiges Verhalten würde ich vermeiden. Ich würde generell vermeiden, absolut, also der Person dann die ganze Zeit vor der Nase zu tanzen quasi oder ständig versuchen, die Beziehung wieder herzustellen, das führt wahrscheinlich mit höchster Wahrscheinlichkeit dazu, dass noch weniger Kontakt bestehen wird, denke ich, und wenn sowieso schon kein Kontakt oder kaum Kontakt besteht, dann auch halt Kontaktversuche, nicht ständig Kontaktversuche starten und auch hier kein übergriffiges oder destruktives Verhalten gegenüber der anderen Person im Idealfall, ja. Ja, also ganz konkret, nach meinen Trennungen so in den freundellenschaftlichen Beziehungen, die ich heute hatte, habe ich dann tatsächlich einfach zum Beispiel auch darauf geachtet, dass ich mich einfach ein bisschen zurücknehme, mich rausziehe, dass ich dann zum Beispiel auch mir die Storys auf Instagram von den Personen nicht mehr anschaue. Ich finde das halt für mich immer so einen sehr neugierigen, also neugierig ist ja auch was, jetzt nicht posch, aber schlechtes, also das hat immer für mich so ein bisschen so einen detektiven Ansatz. Ich weiß das auch von andersrum, bei mir dann immer noch die Storys angeschaut werden und jedes Mal und ich denke mir halt immer so, hey, das stört mich jetzt erstmal nicht, weil ich poste viel aktivistischen Content und dann freue ich mich immer, umso mehr Leute sehen, desto besser, aber allgemein weiß ich manchmal nicht, was die Intention dahinter ist oder habe dann auch angefangen oder hinterfrag das manchmal ein bisschen so, was ist denn die Intention dahinter, jetzt mir zum Beispiel auch noch auf weiteren Accounts von mir zu folgen, zu sehr privateren Dingen, es ist jetzt nichts, was mich stört, sondern würde ich das sagen, sonst würde ich auch die Person einfach für meine Storys ausschließen, das ist ja auch eine Möglichkeit, die es auf jeden Fall gibt jetzt auf Instagram und ich denke auch mal auf anderen Plattformen, ja, so ein bisschen, für mich ein bisschen eine Antwort darauf gefunden, was die Gründe dahinter sind, habe ich jetzt trotzdem nicht und so ganz, dass es mir komplett egal ist, ist es jetzt tatsächlich auch nicht. Ja, beziehungsweise ich glaube, wenn eine Person selbst die Person ist, also es kann natürlich für andere Menschen anders sein, aber in meinem Fall, wenn ich selbst die Person bin, die dann die ganze Zeit irgendwie in einem Ausmaß, also dann nochmal einem anderen Account folgt oder so, ich glaube, in vielen Fällen tun Personen sich dann selbst auch nicht gut damit, also ich meine, klar ist das nicht immer zu vermeiden, in manchen Fällen oder auch wenn eine Person den Kontakt nicht vollständig verlieren möchte, so wie ich in meiner Geschichte, ja, ich will das, also klar könnte ich das auch noch vermeiden, ist halt die Frage, da ist es natürlich immer wichtig, eine Balance zu finden, aber es ist schon klar, dass zusätzlicher Kontakt schon auch Dinge hochholt und Gefühle wieder weckt und das Ganze schon auch noch anstrengender machen kann und über längere Zeit strecken kann, soweit und das ist eigentlich, was ich auch, was ich generell noch sagen wollte, was ich merke, dass mir gut tut, ist halt auch mich auf mich selber und meine eigenen emotionalen Reaktionen auch zu konzentrieren, zu schauen, was mache ich damit, wie gehe ich damit um, was kann ich da für mich auch tun, so. Ja, ich habe so für mich selber gemerkt, dass ich schon auch eine gewisse, dass ich, je nachdem, wie die Trennung aussieht, aber ich habe für mich selber gemerkt, dass ich schon auch durch verschiedene Schritte so für mich selber durchgehe, also ich bin am Anfang immer sehr dankbar für die Freundinnenschaft oder für die Beziehung, das ist irgendwas, was für mich immer sehr arg im Vordergrund steht, dass ich dann auch sage, hey, zurückblickend, zum Glück war das bei mir auch immer dann immer noch zurückblickend so, dass ich mir dachte, dass ich dann wusste, es war eine richtig schöne Zeit, die wir zusammen hatten und mir eigentlich rückblickend da nie Dinge aufgefallen sind, die schon damals halt schräg waren oder komisch waren oder mir schlecht getan haben, das kann natürlich auch sein, dass man nach Trennung zurückschaut und dann denkt, wow, eigentlich lief das viel zu lang und dann da vielleicht nochmal andere Emotionen mit hochkommen, aber das war zu mir dann immer eigentlich sehr viel Freude beim Zurückblicken und viel Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, ich weiß aber auch, dass ich jetzt schon bei eher holprigen Trennungen, sage ich jetzt einfach mal, schon auch durch eine Zeit durchgehen musste für mich selber, wo ich die Schuld bei der anderen Person gesucht habe und dann da auch ein gewisses Frust gegenüber der Person in mir selber einfach getragen habe für je nachdem wie auch immer lange Zeit, um dann an den Punkt zu kommen und zu sagen, so, jetzt ist aber vergeben und verziehen und wir gehen unsere getrennten Wege, um dann da wieder rauszukommen, aber dieses Ärgernis, dass ich da auch, mein Ärger, durch den ich dann einfach gekommen, gegangen bin, das war für mich, um einen Abschluss zu finden für mich selber, auf jeden Fall wichtig. Ja, verstehe ich, also durch, was mir auch geholfen hat, war so ein bisschen, jetzt vor ein paar Monaten, habe mir das sehr lange Zeit gelassen, mich nicht damit zu befassen, aber mit einer anderen Person darüber zu sprechen und mich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich das, was ich vermisse, was sind Vorwürfe, die ich habe. Also für mich ist es eher gar nicht dieses, ich weiß nicht, ich tue mir nicht schwer, da in dem Fall zu vergeben, weil da einfach auch sehr viele positive Gefühle von mir aus da waren oder sind auch und ich eigentlich dieses, ist, also dass ich wütend war, hat sich halt aufgelöst in es tut weh und ich bin traurig, so schätze ich und es war trotzdem gut zu schauen, was ist eigentlich oder was macht mich eigentlich oder was hat mich wütend gemacht oder was ist eigentlich das, was mich verletzt, was sind die Vorwürfe. Aber auch dann, ich weiß nicht, das Schuld ist nicht so, also Schuld geben ist da nicht so ganz mein Thema, aber es ist halt trotzdem dieses, das alles einordnen zu können und benennen zu können und wissen, was Sache ist so für einen selber auch. Gerade wo du es gesagt hast, mir eingefallen, Schuld geben auch nicht, aber auch nicht alle Schuld auf mich zu nehmen. Ja, verstehe. Und ich glaube, dass ich das dann immer damit so ein bisschen gemacht habe, so, also A, ich bin auch nie rumgegangen und habe dann die Person schlecht gemacht, mein Wut hat sich nirgendwo oder mein Ärger hat sich nirgendwo geäußert wirklich, außer dass ich das für mich selber durchgelebt habe, aber das war, glaube ich, wichtig für mich, damit ich nicht denke, oh, ich hätte das besser machen können, ich hätte das anders machen können und da und da waren meine Fehler, dass ich mir auch sagen konnte, nee, und die andere Person hat das auch blöd gemacht und das war auch von der anderen Person blöd und da waren wir beide einfach nicht offen genug oder kommunikativ genug oder was auch immer, da hatten wir beide unsere Fehler und Sachen und ich glaube, das ist das für mich, dass ich dann, ja, dass das dann einfach mit Ärger irgendwo verbunden ist oder mit Gefühl von Ärger. Ja, das verstehe ich, verstehe ich, das macht doch voll Sinn und wir sind jetzt auch schon voll eigentlich im Thema Umgang mit Trennungen, würde ich sagen. Ja, wollen, ja. Da hatten wir ja auch unsere Community nachgefragt, deswegen wurde gerade vorschlagen, wenn ihr wollt, also genau genommen hatten wir gefragt, die Community, wie seid ihr da mit der Situation umgegangen, was hat euch geholfen, habt ihr gegebenenfalls Tipps und haben da natürlich auch wieder ein paar Antworten zu erhalten, also wollen wir da vielleicht was vorlesen? Ja, das können wir gerne machen. Ihr braucht euch ja nicht nur auf unsere Tipps zu verlassen, sondern die Community weiß oft auch noch ganz, ganz viel mehr und ich komme dann direkt zur ersten Antwort. Ablenken Support durch Freunde, ganz, ganz viel Geduld mit sich selbst haben, versuchen sich über die neu gewonnenen Möglichkeiten zu freuen. Finde ich eigentlich sehr gute Tipps. Also klar, Freunde helfen, manchmal ist Ablenken auch gut, auch je nachdem, was für ein Typ man selber auch ist bei solchen Dingen. Geduld mit sich selbst, ganz wichtig und ich finde das Letzte auch so schön, also die neu gewonnenen Möglichkeiten, einerseits dieses, jede Trennung, jeder Abschied ist ja auch, und das auch, wenn es schwer ist in dem Moment zu sehen, ein Neubeginn oder macht neue Türen auf. Es wird zeitfrei, es werden Kapazitäten frei, es ergeben sich vielleicht neue zwischenmenschliche Beziehungen und es sind andere Möglichkeiten da und das finde ich, ist glaube ich genauso, wenn es so weit es möglich ist, das manchmal zu versuchen kann, gut sein, so wie es auch manchmal gut sein kann, zu schauen, wofür bin ich jetzt in dieser Beziehung dankbar gewesen vielleicht auch, bis es oder als sie noch gut lief oder wie auch immer. Ich finde auch, zu den neu gewonnenen Möglichkeiten würde ich dann auch so ranpinnen für mich selber, auch über die neuen Dinge, die ich gelernt habe oder dann eben, wenn ich nach der Trennung dann eben auch über mich gelernt habe und Situationen, mit denen ich dann eben wie auch gelernt habe, anders umzugehen, besser umzugehen oder anders zu machen. Ich glaube, das sind dann auch so Erfahrungswerte oder so Lernsachen für mich selber, die ich dann auch so mit den neuen, neu gewinnenden Möglichkeiten auch so als positiven Ausschau habe, so hey, wenn ich nochmal in so einer Situation wäre, dann würde ich es anders machen und dann für mich in dem Sinne auch besser. Die nächste Antwort wäre, mir aussichtslos Hoffnungen machen? Habe ich ausprobiert, kann ich nicht empfehlen, ZwinkerSmiley. Wer weiß, vielleicht lerne ja sogar ich mal, ein Ende zu setzen. Sinnvoller war, mir Zeit zu lassen, bis ich wieder an einem ausreichend guten mentalen Punkt war, um über die Trennung, ihre Gründe und die vorherige Beziehung zu sprechen. Auf der anderen Seite kann es sich aber auch lohnen, die Hoffnung zu behalten, wenn man im Guten auseinandergegangen ist. Ja, ich glaube, das kommt absolut auf die Situation an. Wenn das eine Hoffnung ist, die nur dazu führt, dass ich immer wieder Hoffnung habe, dass sich die Situation nochmal ändert und es passiert aber nicht, weil ich auf etwas warte, was gerade für niemanden realistisch ist und ich da auch nach einem Jahr noch drauf warte, dann wird es wahrscheinlich irgendwie auch schwierig. Andererseits, sich zu zwingen, die Hoffnung loszulassen, ist halt oft vielleicht auch nicht so einfach oder auch nicht die Lösung mitunter. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich glaube mal, so ein Fünkchen Hoffnung, denke ich, darf man sich bewahren, aber man sollte sich nicht zu sehr dran klammern. Also ich habe ja zum Beispiel auch, wie gesagt, eine Trennung von einer Partnerperson hinter mir gehabt und war keine einfache Trennung, aber im Endeffekt habe ich jetzt eine sehr, sehr schöne und enge Freundschaft gewonnen und ja, so kann es halt auch gehen. Ja, ich weiß, dass für mich das mit der Hoffnung nach Trennungen, also für mich selber weiß ich, dass ich da keine Hoffnungen habe. Für mich ist Hoffnung immer irgendwie, das Gefühl, dass ich es sehr konkret ausgestaltet habe in meinem Kopf, wenn ich irgendwie irgendwas Hoffnungen habe, dass dann auch der Outcome relativ spezifisch ist, also wie ich Hoffnung erlebe. für mich ist es nach Trennungen würde ich mein Empfinden eher mit einem offenen Orientierung beschreiben, quasi, dass ich nach einer gewissen Zeit schon auch ergebnisoffen eine Person wieder treffen kann und dann für mich nicht die Hoffnung habe, okay, jetzt werden wir wieder, unsere Beziehung wird wieder enger oder da die Hoffnung haben, dass man sich wieder so quasi emotional annähert, sondern eher, hey, ich bin dafür emotional oder ich bin dafür orientierungsoffen oder ergebnisoffen wollte ich sagen, nicht orientierungsoffen, ich bin ergebnisoffen und wir können uns jetzt erstmal wieder als da begegnen, wo wir uns halt dann begegnen. Absolut, ich denke, das kommt so ein bisschen darauf an, was die eigene Hoffnung ist. Also ich erlebe jetzt bei mir Hoffnung nicht immer so konkret, wie du es gerade beschrieben hast, tatsächlich, sondern eher so, also generell finde ich es so ein bisschen schwierig für mich überhaupt einzuordnen, empfinde ich jetzt Hoffnung oder nicht, aber es ist ein anderes Thema, das ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter für mich, aber was ich sagen wollte, es kommt darauf an, worauf sich die Hoffnung richtet. Wenn die Hoffnung ist, es wird wieder so wie früher, dann haben wir vermutlich ein Problem, außer es passiert wirklich in manchen Fällen, dass die Person zurückkommt, man selber zurückkommt und es wird wieder ähnlich wie früher. Das kann schon auch passieren, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das nicht der Fall und klar, also ich glaube, ein bisschen von dieser Hoffnung oder von diesem Wunsch zumindest gehört zum Abschiednehmen auch dazu. Also ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, sich zu zwingen, den aufzugeben. Es macht vielleicht manchmal Sinn, den mit anderen Leuten oder mit sich selber so ein bisschen Reality zu checken, ob das in irgendeiner Form realistisch ist oder nicht, aber ich glaube, so ganz ist es schwer, also zumindest kann man nicht erzwingen, dass der verschwindet, denke ich, oder es ist sehr schwer, das zu tun. Aber wenn die Hoffnung ist, ich hoffe, wir können irgendwann einmal in zwei bis drei Jahren wieder normal miteinander reden oder eine andere Form von zwischenmenschlicher Beziehung führen, auch wenn die locker ist oder was auch immer, dann ist das vielleicht eine sinnvollere Hoffnung und eine, die auch ergebnisoffener ist, ich glaube echt, dass Ergebnisoffenheit, wie du gesagt hast, da voll wichtig ist. Ich habe das aus einer anderen Erfahrung, hatte mal eine Zeit in meiner Teenager-Zeit, da war ich 16, wie sich plötzlich, also wie tatsächlich eine Freundesgruppe auseinandergebrochen ist, habe ich, glaube ich, vorher auch schon mal erwähnt und da hat sich die Freundschaft, also zum Teil sind diese Leute wirklich jetzt kein Teil meines Lebens mehr, aber zumindest zu zwei Leuten, das war dann ein paar Jahre sehr schwierig, es war für mich super schwierig, aber die Freundschaft hat sich im Endeffekt dann sehr stark verändert und ich würde sagen, das sind immer noch Personen, mit denen ich befreundet bin, heute. Ja, das ist schön, wenn es dann noch die Wendung gab. Voll. Die Hoffnung, die ich dann bewahrheitet habe. Aber das ist nicht immer der Fall und dementsprechend denke ich, die Frage ist, was ist die Hoffnung? Ergebnis offen sein, natürlich ist Veränderung anzunehmen auch immer schwierig. Ich mag das auch nicht, ganz oft. Also gut, manchmal geht es, aber es ist einfach auch ganz, ganz oft schwierig, aber es ist auch so, also es kann zu viel führen. Ja, ja, ich glaube irgendwie jetzt, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben, ich glaube, dass ich nach einer Trennung noch nie das wirkliches Gefühl Hoffnung irgendwo dahinter hatte. Ja, irgendwie war das innerhalb von einer Trennung für mich jetzt nie vorhanden. Aber jetzt auch nicht Hoffnungslosigkeit, sorry, Noah, auch nicht Hoffnungslosigkeit, noch nicht das Gegenteil, sondern einfach, dass das ausgeklammert war. Sorry, Noah. Ich wollte nur sagen, was ich mit Hoffnung meinte, hätte ich vielleicht, könnte ich vielleicht präzisieren, ist, ich hatte bei den meisten Trennungen irgendwie die Hoffnung, also nicht bei aller, bei allen, also bei der allerersten romantischen Beziehung, da war die Hoffnung futsch, da wollte ich auch nicht mehr nach dem Satz, hatte ich ja damals gesagt, mir die Person oder was am Kopf gehauen, da war für mich dann auch der Ofen aus, da wollte ich auch gar nicht mehr hoffen, dass noch irgendwie Kontakt besteht. Aber in allen anderen Fällen hatte ich ja dann doch irgendwie die Hoffnung, dass man auf irgendeine Weise trotzdem Kontakt halten kann und das hat halt mitunter auch funktioniert. Nicht, nicht auf die gleiche Weise wie vorher, aber dass man irgendwie wieder vielleicht einen gemeinsamen Punkt findet und das hat wie gesagt mitunter schon mal funktioniert. Ja, das kann auch gut sein und wie gesagt, mit Offenheit ist das sicher in vielen Fällen gut, in anderen Fällen ist es natürlich auch wichtig und gut, einen kompletten Cut zu machen. Also ich glaube, das ist total situationsbedingt, schätze ich. Ja, genau. Ja, ich höre schon, wir haben jetzt den Podcast im Podcast zur Hoffnung ausgeschlossen, oder? Ich glaube, wir sollten ihn zumindest abschließen und zur nächsten Antwort übergehen, weil sonst weiß ich nicht, wo wir landen. Ich glaube, die lese ich jetzt einfach mal vor, damit wir das Thema abschließen. Und zwar hat die Person geschrieben, geholfen hat mir oft, mich auf andere zwischenmenschliche Beziehungen zu fokussieren und diese zu stärken oder auszubauen. Das ging aber oft erst nach einer Weile, wenn ich mir sicher war, dass die andere Freundinnschaft wirklich ein Ende gefunden zu haben scheint und ich mit meinen unangenehmen Emotionen einen besseren Umgang gefunden habe. Ja, wobei ich mir, glaube ich, da schon auch schwer tue. Also ich kann nicht wirklich sagen, ob mir das hilft. Für mich fällt das, also in meinem persönlichen Erleben, für die Person ist es sicher anders, sonst hätte sie es nicht als Tipp genannt. Ihr so ein bisschen dann in neue Möglichkeiten und vielleicht auch ablenken. aber ich kann mit einer, also ich meine, klar, die Person meint wahrscheinlich auch nicht, dass die Beziehung die andere dann vollständig ersetzt und es besser macht, aber für mich, also ich kann das nicht so, also irgendwie in die Richtung sehen, aber es kann sich auch helfen. Also ganz bestimmt. Ja. Gerade wenn Leute weggefallen sind und vielleicht die Angst da ist, ein Netzwerk zu verlieren, dagegen kann es zum Beispiel sicher helfen oder dadurch neuen Support zu kriegen. Also das sind ja alles Punkte, wo das helfen kann. Absolut. Ich hatte anekdotisch an der Stelle und finde, ich glaube, da geht es mir ähnlich wie dir, wenn ich jetzt bei meinen Geschwistern, Kinder, bei meinen Geschwistern, wenn ich da mit einem Geschwisterchen diesen eher tragischen Streit hatte oder Streitpunkte oder Konflikt oder wie auch immer, es war jetzt nicht nur ein Streit, einfach Vorfälle waren und ich dann zu meinem anderen Geschwisterchen gegangen bin, habe ich mich manchmal irgendwie nur um dann quasi die Beziehung nicht zu ersetzen, aber nur um da eine Lücke irgendwie zu schließen, war das für mich auch immer eher mit, auch ein bisschen mit Schuld an der Stelle verbunden, dass ich es nicht schaffe, ohne diese Auslöser von meinem eher schwierigen Verhältnis, nicht schaffe, ohne dieses schwierige Verhältnis, auch zu anderen Themen zu meinem anderen Geschwisterchen irgendwie zu halten. Also das war, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt formulieren konnte, dass es verständlich war, aber quasi, dass ich, weil die im Endeffekt auf der gleichen Ebene stehen, und dann die eine Beziehung darauf aufgebaut habe, dass es mit der anderen schlecht lief. Und ich das auch gar nicht so, also es hat mir in dem Moment schon was, was ich tun wollte und was mir irgendwie geholfen hätte, aber ich konnte es nicht loslösen von meinem Gefühl, dass es auch falsch ist, mein anderes Geschwisterchen damit so zu belasten und deswegen habe ich es dann auch ganz oft nicht gemacht, weil ich da irgendwie die Beziehung auf einem anderen Standpunkt aufbauen wollte. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Person hier das gar nicht gesagt hat, dass sie das gemacht hat. Ich glaube auch, also ich glaube, die Person... Ja, nur für mich ist die Situation eben, wo ich sehe, dass diese Fokus hier auf eine andere zwischenmenschliche Beziehung für mich auch nicht funktioniert hat in dem Sinne. Ich glaube einfach, die Person meinte, dass dadurch, dass neue Kontakte aufgebaut werden und sie sagt ja auch, sie braucht zuerst eine Weile Zeit, um einen guten Umgang zu finden. Insofern ist sie wahrscheinlich eher bei dem, wo ich gesagt habe, ja, die neuen Kontakte dann zu finden und zu stärken, quasi um das, was weggefallen ist im eigenen Netzwerk und in Support und die Dinge vielleicht, die fehlen, seit diesem Wegfall wieder zu bekommen, was ja auch absolut legitim ist und an einem Punkt, finde ich, auch ein guter und sinnvoller Schritt ist. Ja, voll. Ich glaube, dass ja bei mir, das wir auch vorhin schon gesagt haben, noch die Familienthemen, die es noch eventuell auch nochmal zu einer anderen Dynamik oder einer anderen Art von Komplexität führt, dahinter steht. Deswegen, ja, ich wollte es hier auch gar nicht sagen, dass die Person so mit Trennung umgeht. Ja, ich denke, ich habe zum Abschluss der Folge noch ein bisschen eine Frage an euch. Also das, erstens mal unser Gespräch über neue Möglichkeiten und so, aber auch die Anmerkung, die wir noch im Skript haben, hat mich so ein bisschen dahin gebracht und zwar haben wir gesellschaftlich mit Trennungen, natürlich werden Freundestrennungen weniger schlimm gesehen als partnerinnenschaftliche Trennungen, weil Amatonormativität und so und ungleiche Bewertung der Beziehungen, aber grundsätzlich haben wir ja ein sehr negatives Bild von Trennungen. Also gerade bei partnerinnenschaftlichen Beziehungen wird das ja oft als Scheitern gesehen und wahrgenommen und ich glaube, in Freundinnenschaften wird es nicht so ernst genommen in vielen Fällen, weil es halt nicht so schwer bewertet wird, aber es ist halt doch, es spiegelt halt sehr viel diesen Schmerz und diese negativen Gefühle wieder, die ja natürlich auch alle berechtigt sind in solchen Fällen. Wir haben ja auch darüber gesprochen, warum sich das so schlimm anfühlen kann auch, aber glaubt ihr, es ist möglich, dass wir auch einen positiveren Zugang oder einen positiven Zugang zu Trennungen finden, also im Sinne von, dass wir mehr auch diese neuen Möglichkeiten, mehr diese Umgänge oder positive Umgänge damit oder auch positive Bilder davon auch vielleicht dankbar zurückschauen, nach vorne schauen, dass wir das irgendwie auch in ein, also in ein, als gesellschaftliches Bild mehr verankern können oder es für uns selber mehr so sehen können oder versuchen können, weil das ist sicher auch ein sehr langer Weg und bei den ganzen schwierigen Sachen, die mit Trennung verbunden sind, auch sicher auch oft sehr, sehr schwierig und zwingen sollte man auch niemanden dazu, aber finde ich einen interessanten Gedanken. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das sich in Zukunft irgendwo ein bisschen vielleicht positiver wird. Ich glaube, dass gerade, wenn wir, also das ist mir gerade nur beigefallen, dass ich mit, in meiner Schulzeit viele Menschen in der Klasse hatte oder auch, da hat man es einfach mehr mitbekommen, wo sich die Eltern trennen. Und ich glaube, dass zum Beispiel gerade gesellschaftlich in Deutschland oder Österreich oder auch der Schweiz oder vielleicht im globalen Norden Scheidungen ja vor 30, 40, 50 Jahren noch gar nicht so möglich waren oder auf ganz anderen Herausforderungen basiert sind und deswegen sich ja oft auch um jetzt Reproduktion von Militarität Frauen von Männern einfach nicht trennen konnten wegen finanzieller Abhängigkeit oder wegen wirtschaftlicher Abhängigkeit oder auch wegen sozialen Stand oder wegen sozialen Stand und so weiter und so fort. Und ich glaube, dadurch, dass Trennungen leichter sind, zum Beispiel in Familiärens oder zwischen Scheidungen leichter sind oder zwischen zwei Menschen, die sich auch romantisch irgendwo vereint haben oder auch auf anderen emotionalen Ebenen vereint haben, wurde es ja in letzter Zeit einfacher und wird hoffentlich eventuell auch leichter, dass solche Beziehungen aufgelöst werden können und dann auch bevor es irgendwie zu einem riesigen Streit kam. Und ich glaube, dann mit mehr Freiheit, wie Beziehungen geführt werden und mit mehr Freiheit, wie auf welcher Grundlage Beziehungen stattfinden und auch schon mit mehr Kommunikation, auf welchem Consent die bestehen und nicht in diesen Default reinfallen. Okay, wir sind jetzt Freunde und deswegen müssen wir das und das machen. Wir sind jetzt in einer Beziehung, deswegen müssen wir das und das machen. Wir sind jetzt verheiratet und deswegen müssen wir das und das machen. Wenn es da, und da sehe ich schon eine Entwicklung oder hoffe ich auch auf eine weitere Verbesserung in Zukunft und ich glaube, wenn das alles weniger streng ist, dass dann auch Trennungen dahinter weniger schlimm sind oder eventuell wir in Zug dahin kommen, dass nicht, dass Trennungen weniger schlimm sind, sondern ich wollte sagen, dass wir dahin kommen, dass Trennungen auch positiver gesehen werden können. Ja, ich wollte gerade sagen, weil weniger schlimm werden sie ja nicht und ich glaube, Trennungen sind auch aufgrund unserer damit verbundenen Emotionen oft messy, also auch gerade, also gerade auch Partnerinnenschaften oder enge Freundinnenschaften oder alle anderen Beziehungen eigentlich, die irgendwie nennenswert sind für eine Person. Das ist einfach auch, weil die Bindung besteht und weil diese Nähe besteht, glaube ich, dass da Trennungen schon oft sehr massiv sein können, deswegen. Also ich glaube, die negativen Gefühle werden wir da nicht rauskriegen. Das wird wahrscheinlich in vielen Fällen aus, das ist wirklich eine Erleichterung, weil man sich so schlecht gefühlt hat, schon innerhalb der Beziehung, dass man da einfach nur raus musste, dann geht es vielleicht auch noch einen Ticken anders, aber ich glaube, die kriegen wir nicht raus. Ich glaube aber auch nicht, das ist auch nicht das Ziel, man darf ja traurig darüber sein, aber vielleicht kann man lernen, auch auf gesellschaftlicher eben eine Trennung und nicht als was rein Schlechtes zu sehen, sondern vielleicht auch immer wieder, was wir schon mal gesagt haben, als ein Anfang und vielleicht kann man, das ist etwas, was ich zum Beispiel manchmal versuche, ist, wenn ich eine Trennung hatte, mir, wenn sobald es geht, die Zeit zu nehmen, sowohl die positiven Aspekte, die es vorher gab, zu suchen, aber auch die negativen Aspekte, warum es sinnvoll war, dass diese Trennung stattgefunden hat und dann hilft mir auch so ein kleiner Spruch, den ich, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe, aber irgendwo habe ich den gehört und der hat sich in meinen Hirn irgendwie reingenagt und der kommt mir immer in solchen Situationen, wenn ich mich besonders schlecht fühle, nach einer Trennung, dann kommt mir immer der Spruch hoch, jeder Tag ist ein neuer Anfang und weiß nicht, das hilft mir zum Beispiel, so ein bisschen besser damit positiv umzugehen. Ja, also wie gesagt, ich wollte mit der Frage auch nicht sagen, wir sollen die negativen Gefühle loswerden, weil wir hatten jetzt in der Folge mehrfach gesagt, die negativen Gefühle sind voll okay und absolut berechtigt, egal welche Art von Beziehung das war oder und genauso sind die positiven auch berechtigt, aber eben wie du sagst oder wie du gesagt hast, irgendwie vielleicht das Positivere oder die, eben diese neuen Chancen, diese neuen Möglichkeiten auch mit zu transportieren, wäre vielleicht schon eine Möglichkeit, dass bei einer Trennung dann das Gefühl ist, ja, shit, ich hatte jetzt diese Trennung, also wenn es der Fall ist, aber ich habe auch eine Möglichkeit und wenn es auch sicher oft Zeit braucht, das zu sehen, aber auch diesen Neuanfang genauso wichtig zu nehmen wie dieses Ende, sage ich mal. Musik Ich mache heute die Lexikon-Ecke und ich habe euch da das Wort Ghosting mitgebracht. Der Begriff beschreibt den vollständigen, abrupten und ohne Ankündigung erfolgenden Kontaktabbruch eines Menschen, mit dem eine Person sich verabredet, befreundet, verpartnert oder in sonst einer Art in einer sozialen Beziehung steht. Die Person scheint sich plötzlich in Luft aufzulösen, wie ein Geist, daher auch der Begriff Ghost, Englisch eben Geist. Ja, und Kontaktversuche jeglicher Art bleiben dann unbeantwortet. So, die Kulturecke habe ich euch heute vorbereitet. In der Kulturecke haben wir heute für euch ein Buch oder das wurde auch verfilmt, der Titel ist The Benjis of Inisharan und die Geschichte spielt auf einer kleinen irischen Insel und erzählt von zwei alten Freunden, von denen dann eines Tages einer beschließt, dass er nicht mehr befreundet sein möchte und ohne erstmal wirklich einen Grund zu nennen oder der andere Freund versteht es nicht ganz und kann es nicht nachvollziehen, weil eben kaum, also die Person, die die Freundschaft beendet, einfach nicht mehr befreundet sein möchte und dann eskaliert die Situation im Laufe der Geschichte. Also das gibt es als Buch oder auch als Film, die Originalsprache ist irisch, aber wurde auch übersetzt. Ja, dann frage ich euch einmal, was nehmt ihr aus der Folge mit? Noah, möchtest du damit anfangen? Ja, was nehmt ich aus der Folge mit? Erstmal, dass das emotional ein sehr aufreibendes Thema ist, das hätte ich gar nicht so gedacht, dass mich einfach nur allein über das Thema zu sprechen, das so mitnimmt. Ich merke aber auch und das nehme ich mir mit, dass es wichtig ist, darüber zu reden. Vielleicht sollte ich sogar anfangen, mehr mit Leuten darüber zu reden, weil ich habe nämlich über einige Trennungen, die ich hier genannt habe, mich nicht wirklich mit anderen Menschen darüber unterhalten und vielleicht hilft das so ein bisschen, soll ich das Seelenhygiene nennen, zu betreiben, weiß ich nicht, da doch mal drüber zu sprechen, weil ja, das hat bei mir doch eine ganze Menge Staub aufgewirbelt, aber ich finde es auch irgendwie interessant und ja, wie sieht es denn bei dir aus, Finn? Ja, also einerseits kann ich mich dir anschließen, mir ging es ja auch an manchen Stellen, ihr habt das ja mitbekommen, auch sehr nah persönlich in meine Erinnerungen und was ich so erzählt habe, aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich mir mitnehme, ist so ein bisschen schon der Gedanke von neuen Möglichkeiten und neuen Chancen und dass ein Ende oder eine Trennung oder eine Veränderung immer auch eine Möglichkeit für neue Anfänge, neue Situationen, neue Beziehungen und eigentlich generell einfach neue Wege bietet. Vielleicht sind getrennte Wege einfach manchmal neue Wege, auch wenn das trotzdem schmerzhaft ist. Charles, wie sieht es bei dir aus? Also ich nehme mit, dass ich das Thema auch super spannend finde, das wusste ich tatsächlich aber schon davor und dass ich auch es interessant finde, darüber zu reden und immer neu mehr dazu zu lernen und das möchte ich auf jeden Fall auch in Zukunft weiter tun. Was ich wirklich so richtig für mich selber mitnehme, ist, dass ich keine Angst brauchen habe vor Trennungen. Im Laufe des Gesprächs ist mir irgendwie so bewusst geworden, dass ich teilweise, wenn ich neue Menschen begegne, egal auf welcher Ebene, manchmal schon das Gefühl habe, oh, ich kann, ich habe keinen, ich habe nicht die Kapazitäten oder ich habe irgendwie nicht den Raum, ich will dich nicht verletzen, deswegen will ich jetzt auch gar keine Beziehung, egal in welchem Ausmaß, mit dir anfangen und dass ich eigentlich vor Trennungen, dass sie gut gemacht werden können, dass sie konsensuell mit Consent vonstatten gehen können und dass es eigentlich ein sensibles Thema ist, aber vor dem ich so keine Angst haben muss, andere zu verletzen oder mich selber zu verletzen. Und mit diesem tollen Learning von Charles sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Mir bleibt jetzt noch mich zu bedanken, erst einmal natürlich bei allen, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Vielen Dank, dass ihr uns diese ganzen bewegenden, persönlichen Geschichten zu Trennungen geschickt habt und auch die Tipps damit umzugehen. Wir konnten wieder nicht alles vorlesen, aber wirklich danke. Macht gerne wieder bei einer unserer Umfragen mit. Wir lesen alle Antworten, auch die, die wir nicht vorlesen und wir freuen uns immer sehr über jede einzelne. Danke euch. Ja, dann die Redaktionsleitung der Folge hat Noir übernommen. Vielen Dank, Noir. Im Vorbereitungsteam waren Noir, Finn, Charles, Sascha und noch eine weitere Person mit dabei. Vielen Dank an alle. Den Schnitt der Folge wird Charles übernehmen. Vielen, vielen Dank, Charles. Genau, und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anmerkungen, Ideen, Vorschläge für Folgen oder auch, wenn ihr bei uns mit dabei sein wollt, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle im Schnitt oder bei Social Media oder bei irgendetwas anderem, dann meldet euch doch gerne bei uns. Wo könnt ihr uns erreichen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter Inspektren.eu auf Instagram unter Inspektren-Podcast Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel und Twitch, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an Inspektren at gmx.net oder ihr findet uns auch auf dem Aceback German Discord-Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt oder manchmal trefft ihr uns auch im Voice-Chat, wo ihr mit uns reden könnt. Vielen Dank euch. Man sieht sich, hört sich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.